Leute, wisst ihr, was wir nicht gesehen haben? Das hier haben wir nicht gesehen. Ach Gott, nee. Okay, woher sollten wir das wissen? Das ist der Berggipfel, oh Mann. Ja, mach dich arbeitstauglich, liebe Sonja. Eine ruhige Schicht wünsche ich dir. Viel Kaffee. Der Fremde war so verloren. Oh je, oh je. Um. Didi dee. Was? Ähm, ja? Wie soll das denn gehen, wenn die alle nach da strahlen? Hä? Wie soll das denn gehen, wenn die alle nach da strahlen? Ah, Leute! Ah, nochmal, ne? Ah! So! Und dieser hier... Der muss... So. Der muss so stehen, richtig? Herrgott. Na komm schon, ich brauche den hier. Tadaa! Ab 23 Uhr alleine, oje. Gut, dann haben wir das auch. Das war jetzt, ja, das habe ich glaube ich gut hingekriegt, oder? Eins mit Sternchen, ja. So, die letzte Seele in diesem Höhlengebäude. Der Fremde sah Ember mit Erleichterung an. Ich versuche zurück zu gehen, aber ich kam einfach nirgendwo hin. Es ist wohl an der Zeit, vorwärts zu gehen. Siehste, 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 jetzt sind wir aber weiter. Jetzt, jetzt können wir hier, jetzt müssen wir nochmal aus dem ganzen Höhlengedöns rausschippern. Das habe ich, diese Höhle hier oben habe ich nicht gesehen, beim besten Willen nicht. Ich war froh, dass ich die... Guck mal hier, jetzt wollen wir einfach einmal die Rutsche benutzen. Njong. Einmal, Autsch. Und schon sind wir wieder schmuddelig, aber das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Ab ins Boot. Jetzt können wir doch rein theoretisch weiter, oder nicht? Jetzt müssen wir nur wieder... ...hier rausschippern. Dann haben wir alle Seelen. War eine Kiste? Nein. Alle Kisten geholt. Bloß jetzt. Ich weigere mich. Au. Ach, nee, ein weiterer Warte. Gehen wir nochmal da hin. Zack. Was heißt jetzt das? Weigerung auf ganzer Linie. So. Geschafft, würde ich mal so sagen. Es sind... Tadadadaaa! Alle da. Alle da, alle da, alle da. Sehr schön. Dann jetzt. Oh. Lagerfeuer in der Höhle freigeschaltet. Errungenschaft. Sehr schön. Der Geist sagte, du hast alles getan, was du konntest, Kleiner. Deine Reise liegt vor dir. Deine Reise näherte sich ihrem Ende, Kleiner. Du hast einen Weg bereitet, dem andere nun folgen können. Ich werde sie führen, nachdem du gegangen bist. Ich werde sie führen, nachdem du gegangen bist. Der König weiß, wo das letzte Lagerfeuer ruht. Stell ihm deine Fragen. Wisse, dass wenn du hierher zurückkehrst, du stets willkommen sein wirst. Oh nein, nicht zum Waldkönig. Ich will nicht zum Waldkönig. Nein. Ich will nicht zum Waldkönig. Ich will nicht zum Waldkönig. Ich will nicht. Ich will nicht wundermen. Der Geschmack von frischer Luft war herrlich, als Ember die Höhle verließ. Herrlich ist gut. Der Fräulein war anders. Seine sanfte Musik erfüllte Embers Gedanken. Er sang. Ich war eine Glutze. Ich war ein Vogel. Ich war verloren und einsam. Nichts davon war mein wahres Sech. Ich werde weder zur Flamme noch zur Feder zurückkehren. Ich werde einen anderen Weg finden. Ember verstand und ließ ihn in Ruhe. Die Kreuzung. Ich mag die Kreuzung. Irgendwas stimmt hier nicht, fühlte Ember. Okay, der Waldkönig ist nicht mehr hier. Es war still. Alle Vögel waren verschwunden. Da bist du ja. Du hast es getan. Der König ist tot. Was hast du getan? Lügen erzählt. Mit Tricks gespielt. Wir hatten keine Schwierigkeiten bis jetzt. Was ist passiert? Der König ist tot. Der König ist tot. Jetzt werden sie uns jagen. Sie alle. Wer kümmert sich denn jetzt um uns? Was machen wir jetzt? Ich bin kein echter Vogel. Ich trage nur Vogelklamotten. Er ist nicht einmal ein echter Vogel. Wer wird sich jetzt um uns kümmern? Um ihn kümmern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier eine Kiste. Ja, das will ich nicht noch mal alles. Komm schon. Aber hier wird mir ein Zeichen gesetzt, dass ich... Hier wird mir ein Zeichen gesetzt, dass ich... Hier wird mir ein Zeichen... Ah. Da hinten ist da hinten. Oder was sagt ihr? Das letzte Lagerfeuer. Okay. Ketten und Rollen unter diesem Stuhl. Ah. Es fühlte sich nicht real an. Der Waldkönig war nicht real. Oh nein, ich will nicht der Waldkönig sein. Irgendwas läuft hier jetzt gerade. Ich weiß noch nicht was. Machte mal dasselbe jetzt. Das ist ein Seil. Warte. Ich muss es leider noch mal machen, bis ich das jetzt... The Forest King wasn't real. Das ist ein Seil. Da. Ja, aber... Ah. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der broken Boote waren auf dem Wasser verteilt. Das letzte. Das letzte Feuer. Der Geist sprach. mutiger Kleiner. So wenige haben diese Reise unternommen. Das ist das letzte Lagerfeuer. Der vor dir liegende Weg ist frei. Was du jetzt machst, liegt an dir. Ich möchte anderen helfen. Das ist das Ende des Weges. Das ist das Ende des Weges. Ein Boot liegt bereit. Es gehört aber jemand anderem. noch einer. Der Weg war nicht so gerade wie deiner. Such nach ihm, bevor du weiterziehst. Okay. Warte mal, wir werden noch mal mit ihm reden. Nein, 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 nein. Das ist der Lagerfeuer. Was du jetzt machst, ist dein label. Wollte anderen helfen. Ja. Ich hätte gehofft, dass er sagt, wo ich ihn finde. Ah, der uns da unten besucht und beobachtet hat. Auf der Lichtung hoffte Ember Antworten zu finden. Hinter dem Marionettentheater des Waldkönigs stand der Wanderer im roten Umhang. Der Fremde sprach, Warum hast du nicht aufgehört? Warum bleibst du nicht hier in der Sicherheit des Nestes, das ich gebaut habe? Verstehst du nicht? Das ist alles, was es gibt, einfach nur das Ende. Welche Hoffnung kann darin schon liegen? Der Fremde hatte seine Maske fallen gelassen. Ember wusste, dass es die Wahrheit war. Der Pfad führte nirgendwo hin, aber trotzdem segeln wir weiter. Einer nach dem anderen über den Horizont hinaus. Ich konnte es nicht ertragen. Schließlich zerstörte ich die Boote. Was habe ich getan? Langsam zog sich der Fremde zurück. Ich wollte ein Leuchtturm für andere sein. Wie rettet man aber andere, wenn das eigene Licht erloschen ist? Okay, wir müssen das letzte Licht suchen. Die Gedanken des Wanderers waren verwirrt. Die Gedanken des Wanderers ist ein Lund. Wir lassen uns einmal in 40 Minuten. Die Gedanken des Wanderers werden wir zusammen. Und wir müssen das Umm. Dann haben wir einen Lund. Wir müssen das Mal. Hiding every day behind a mask. Er lag sich hinter einer Maske verbergend, dabei zusehen, wie immer wieder hoffnungsvolle Kleine kamen. Um... 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 Wo kommen denn die anderen Boote jetzt her? Oh, das ist so schön, ganz viele, die folgen. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Das ist so schön.